Jo Leute, was geht ab? Tun2Viz ist wieder am Start und das soll nur ein ganz ganz kleines Video sein, denn es geht darum, wir haben ein neues Logo und wir haben auch ein neues Intro und darüber wollten wir heute mal ganz kurz miteinander quatschen. Ja, also zum Logo, ich blende das mal eben für euch ein, falls ihr es noch nicht gesehen habt, die Leute, die uns auf Facebook und Instagram folgen, die haben es natürlich schon gesehen, aber jetzt mal für euch, hier ist das Logo und zwar hatte ich so ein bisschen die Idee, also kleine Vorgeschichte, Steffi sagt immer zu mir, ich bin ihr Silberrücken und oder manchmal sagt sie auch Gorilla, so ob das jetzt so passt zu mir, das müsst ihr für euch entscheiden. Naja und dadurch kam irgendwie so die Idee, ich wollte ein neues Logo machen und so weiter und habe mir dann gedacht, naja Silberrücken, Gorilla, also wenn ich dann ein Gorilla bin, dann ist sie auch einer, so habe ich mir gedacht. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann werden wir jetzt so in Form eines Avatars quasi ein Logo machen, wo ich dann quasi als Gorilla zu sehen bin und sie ebenfalls, ja. Das war quasi so die Idee dahinter, dann ein Moped davor, dass man auch sieht, worum es geht auf dem Kanal und ja, also mir gefällt es sehr gut, es ist natürlich so ein bisschen auf Cartoon mäßig gemacht. Ja, ich sag mal, es ist einfach auch so ein bisschen lustig auch, ja, also das war auch so die Idee dahinter, so dass man quasi so ein Avatar hat, was auch vielleicht nicht ganz so ernst ist jetzt und ich finde es persönlich sehr cool. Mir würde mal interessieren, was ihr dazu sagt, wie ihr das Logo so findet, schreibt mal eure Meinung auf jeden Fall in die Kommentare. Dann zum nächsten Punkt und zwar haben wir jetzt auch ein neues Intro, natürlich auch mit dem neuen Logo dann quasi angepasst. Ich lasse euch jetzt mal nacheinander beide Intros abspielen, einmal das alte Intro und einmal das neue, damit ihr quasi einen direkten Vergleich habt und nicht nochmal extra wie separat in einem anderen Video reinklicken müsst, um zu schauen, wie das alte Intro so ausgesehen hat und ja, dann würde ich sagen, start mal direkt. Ich fange mit dem alten Intro an und danach kommt dann direkt das neue Intro. Viel Spaß dabei! Ja, wie gesagt, jetzt habt ihr beide Intros gesehen. Einmal das alte und jetzt auch einmal das neue Intro, was jetzt in Zukunft dann immer kommen wird. Und seht uns einfach mal interessieren, wie ihr so das neue Intro findet. Ja, eure Meinungen würden uns sehr interessieren und schreibt sie auf jeden Fall mal hier unten in die Kommentare. Ja, wie gesagt, das war jetzt das Video eigentlich nur dafür, dass wir euch quasi mehr oder weniger Bescheid sagen, dass wir ein neues Intro haben, dass wir ein neues Logo haben. Ja, nicht, dass ihr euch dann wundert so, wenn ihr euch dann die zukünftigen Videos anschaut, warum das alles ein bisschen anders aussieht oder so. Und ja, deswegen, ich will das Video jetzt auch gar nicht so in die Länge treiben. Das ist ja nur so ein kleines Video für nebenbei. Das eigentliche normale Video, was wöchentlich kommt, kommt dann jetzt am Sonntag. Und ja, da wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß. Ich danke euch, dass ihr wieder dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Folgt uns auf Facebook, Instagram, verpasst ihr auch nie was. Und ansonsten kann ich euch sagen, bleib schön gesund, bis zum nächsten Mal. Tonti geht's raus. Macht es gut. UndOND giant. Leute, ihr seid существ auch nicht. Und übrigü pollt ihr auch auf alle Berichten. Und denominator еще auf alle Berichten. Und dabei bist du sicher auch nicht. Und Martha Fan. Und da auchФ cru liter. Und da sind aber calling.